hallo und da ist er wieder markus ratz von der z teresa g mit dem lustigen video zum technischen thema nur wer unter einem stein gelebt hat hat es nicht mitbekommen es ist das zeitalter der co piloten co piloten nennt microsoft so ziemlich alle anwendungen die über chat gpt irgendwie mit menschlicher sprache mit einem in interaktion treten und was die so machen ist erst mal faszinierend aber in der praxis stellt man fest dass es da doch eine ganze reihe von nickeligkeiten gibt dass dinge einfach nicht ganz so easy umzusetzen sind wie man denkt und da haben wir wir uns viel damit beschäftigen ganz gute methode herausgefunden wie man das besser hinkriegen kann und das will ich heute einfach mal erklären und zeigen und dazu muss ich heute mal selber ins bild kommen nicht erschrecken aber ich möchte euch was erklären und das ist mir wichtig also wenn ihr chat gpt irgendwelche fragen zu euren daten stellen wollt dann müsst ihr das heutzutage meistens so machen dass er diese daten als texte bekommt denn chat gpt ist am allerbesten mit texten ja wenn die daten aber woanders viel aktueller sind zum beispiel in einer datenbank dann ist so ein text ja eigentlich völliger blödsinn damit chat gpt texte schnell durchsuchen kann muss er sie nämlich klein hacken und in so eine vektor datenbank packen und dann kann er dort sehr sehr schnell die richtigen antworten drin finden aber was heißt denn das wenn sich irgendwas an den inhalten ändert muss dieser index jedes mal wieder aktualisiert werden und das dauert wieder und dann ist es wieder nicht 100 prozent aktuell und darüber hinaus kann er einfach am besten mit texten das heißt wenn ihr ihm so kleine rechenaufgaben oder vergleichs dinge als frage stellt dann ist er ein bisschen aufgeschmissen weil er einfach nur labern kann und nicht rechnen wie wäre es also es gibt ja nicht nur chat gpt es gibt ja auch codecs und codecs generiert programm code das ist auch so ein large language model von open ai dann nehmen wir doch das weil das kann eben nicht nur python und alle anderen sprachen sondern es kann vor allem sql-statements generieren wir müssen also nur unseren chat gpt erklären was die wichtigen tabellen in meiner datenbank sind und was die wichtigen spalten sind und was darin vorkommt dann kennt er die struktur der datenbank wenn ich jetzt eine frage über irgendetwas stelle was inhaltlich in der datenbank drin ist kann er mir ein sql-statement generieren ich schieße das gegen die datenbank bekomme die sofort aktuelle antwort zurück und das kann chat gpt dann wieder wunderbar formulieren sprachlich oder er gibt uns sogar eine tabelle zurück die wir dann nachher herunterladen können und irgendwie weiterverarbeiten das heißt die abfragen passieren auf eine sehr viel organischere art und weise er kann auch viel besser mit vergleichen und so umgehen und das ganze ist bei weitem effizienter als diese dämliche verarbeitung mit irgendeinem riesigen index der sowieso gleich wieder veraltet ist glaubt ihr nicht zeige ich euch kommt mal mein rechner wir haben hier diese funktionalität man eine power app eingebettet da würde man wahrscheinlich irgendwas ganz anderes nehmen eine power app ging einfach am schnellsten man kann aber jede andere app oberfläche oder chatbot oberfläche auch darüber hängen und dahinter ist eine datenbank die beschäftigt sich mit einem fahrradverleih es geht einfach um fahrräder die man ausleihen kann von hier holen von da wieder zurückbringen und so weiter und ich kann jetzt hier fragen über die datenbank dieses fahrradverleihs stellen zum beispiel fangen mit banalitäten an nummer um zu schauen wie es ungefähr funktioniert wie viel ausleihen hat es denn bisher schon in meiner datenbank gegeben und die antwort ist 1.793.000 usw ausleihen wow und nur für uns spezies und techies habe ich hier oben noch mal stehen dass er dieses sql statement generiert hat von irgendeiner tabelle die offenbar aber sogar auf englisch dbo rental heißt und ansonsten eine wunderbare abfrage die auch etwas für mich gebracht hat aber wir kennen ja unsere datenbank eigentlich noch gar nicht müssen uns mit ein paar vorsichtigen fragen mal ran tasten zum beispiel fragen wir ihn doch mal einfach was er zu den fahrrädern überhaupt weiß wo er gibt mir eine tabelle interessant na dann gucke ich mir die doch mal an da gibt es extra knopf und deshalb ach so das sind einfach mal die ganzen ersten fahrräder die ich so habe man erkannt erkennt die haben so eine schwierige id aber es haben auch so ein bike name mit dem sind sie gut zu identifizieren sammeln ort wo sie stehen der home city und sie haben einen status ob sie gerade verwendbar sind oder nicht und wunderbar danach kann ich ja schon eine menge interessante fragen stellen probieren wir doch mal diese frage hier wir können uns ja mal direkt nach einem fahrrad erkundigen wenn wir sowieso schon wissen wie die nummer des fahrrades ist und die antwort kommt in der regel recht fix der status des fahrer des m 1000 ist beschäftigt kann ich also im moment nicht mieten aber fragen wir mal ein bisschen nach statistik zum beispiel als berliner möchte ich gerne wissen wie viele benutzer gibt es denn hier die in berlin leben hey 184 sind nicht besonders viele aber schauen wir doch mal wie aktiv die so waren ich frag mal wie viel ausleihen es gibt wo die weniger benutzer ein fahrrad ausgeliehen haben und darauf ist die antwort denkt noch jetzt hat das 155.000 ausleihen und hier oben sieht man übrigens wer sich ein bisschen mit sql auskennt das statement war schon nicht mehr ganz so einfach stellen wir ihm doch noch mal so eine statistische frage mit denen sich chat gpt wenn er auf dokumenten arbeitet unglaublich schwer tut nämlich über welche entfernung die längste die weiteste ausleihe ging und da muss man schon interpretieren was ich da gefragt habe um da ein richtiges statement daraus zu machen aber er hat was schickes draus gemacht er hat in der tabelle da oben nachgeschaut und er sagt neun kilometer ja gut das war jetzt nur eine ausleihe spannender wäre ja noch mehr zu wissen vielleicht wollen wir unsere besten nutzer belohnen und fragen daher machen wir mal eine liste der zehn längsten oder weitesten ausleihen wo man wirklich weit gefahren ist der begriff an sich versteht er ja das haben wir schon gelernt und gucken mal was er uns da generiert so fertig und natürlich ist das eine tabelle und das sind die zehn weitesten ausleihen mit welchem fahrrad in welcher stadt und hier sieht man übrigens ganz schön schwieriges statement was dazu geführt hat und das habe ich jetzt aber einfach mal als daten und kann weiter damit arbeiten wenn ich möchte dann quälen wir ihn doch noch mal ein bisschen mit statistik jetzt wollen wir quasi zehn nutzer wissen die am häufigsten fahrräder gemietet haben und das ist auch schon wie man da oben sieht mit group by richtig komplizierte abfrage auch hier wieder tabelle und da sind sie denen sollten wir wirklich dankbar sein aber er kann nicht unbedingt alles wir können ihn ja mal ein bisschen quälen zwei zehn nutzer aus berlin die die häufigsten fahrräder gemietet haben also die zehn besten berliner unter den fahrradvermietern und wenn wir ihn das fragen dann denkt er erst mal lange und schmutzig nach und danach ein unerwarteter fehler ist aufgetreten das hat er dann doch nicht ganz so aus der la mengen hingekriegt wie man in berlin sagt okay ich kann es doch nicht lassen für alle techies unter uns nochmal also die motorhaube zu schauen hier haben wir die datenbank im management studio das ist jetzt sqls aber könnte aber auch irgendwas anderes sein wir sehen hier es sind im runde vier tabellen rental by grand location client wie ich schon gesagt habe eigentlich sind da sql statements relativ einfach zu machen man muss allerdings natürlich die beziehungen kennen und so sieht das aus das ist dann das technische dokument mit dem ich im prompt natürlich chat gpt meine datenbank erkläre also ich erkläre ihm die tabellen wie sie heißen alle vier mit ihren spalten jeweils dazu übrigens alles auf englisch die übersetzung auf deutsch macht er ganz von alleine ich kann noch ein paar hintergrund informationen geben wie das da eben m und f drin steht das eigentlich ein code für male und female das sollte er wissen und natürlich hier wenn er schon joinen soll braucht er die beziehungsspalten die erkläre ich ihm auch und danach kann er genau das was wir vorhin gesehen haben zeit für ein kleines fazit wir haben gerade eine methode kennen gelernt wie man mit chat gpt auf daten zugreift die direkt schon in einer sql datenbank sind nämlich man lässt ihn sql statements generieren und man feuert die gegen die datenbank man muss ihm dazu das datenmodell erklären aber das haben wir ja eben gesehen das ist relativ simpel dann kann er auch sehr sehr clevere abfragen machen mit join mit group by mit allem möglichen das sieht ja im endeffekt der anwender überhaupt nicht was er da tolles macht aber der anwender kann eben auch vergleiche auswertungen die längste die ersten 10 und so abfragen und damit hat chat gpt große probleme wenn die daten nur in textform angeliefert werden das lohnt sich wirklich mal auszuprobieren viel erfolg dabei und bis zum nächsten mal